Hallo zusammen, ich habe hier eine WEMO B81 MEDI, und zwar eine Medizin-Transport-Kühlbox. Wir bauen ja verschiedene Kühlboxen, die Standard für den Campingbereich, Bootsbereich oder auch Human. Dann bauen wir Tiefkühlversionen, Tieftemperaturversionen, also bis minus 80 Grad, und dann auch eine MEDI-Version. Das Spezielle an der MEDI-Version ist, wir haben einen Innenlüfter. Also wenn wir den Deckel hier aufmachen, schauen wir uns jetzt das aus der Nähe an. Wenn ihr ein anderes Video seht von dieser BÜTEL-Box, wir haben da zwei Körbe drin, hier haben wir nur einen Korb, und hier sitzt ein Lüfter mit einer Heizung. Das heißt, wir blasen die Luft hier rundherum, und so haben wir eine homogene Temperatur. Über das Display hier können wir die Temperatur einstellen, zum Beispiel plus 5 Grad. Und dann, wenn die Temperatur unter 4 Grad sinkt, fängt die Heizung an zu laufen, und wenn sie über 6 Grad steigt, fängt die Kühlmaschine an zu laufen. Wir sehen hier die Anschlüsse, wir haben einen 230 Volt Anschluss, 110 bis 240, und wir haben 12 Volt Anschluss. Und hier sehen wir das Tippenschild, das ist eine B81 MEDI, ist mittlerweile bald Standard. Diese Box brauchen wir, oder unsere Kunden brauchen das für Medizintransport, wir haben hier 80 Liter drin, wir haben solche, die fahren Blut, sonstige Medikamente. Einfach sobald ich in der Box drin eine stabile Temperatur brauche. Wir müssen ja jetzt Impfstoff, das ist aktuell nicht bei minus 80 Grad transportieren. Dann mache ich euch einen Link hier, zu einer Tiefkühltruhe, die macht mit 12 Volt minus 80 Grad. Hier unten eine zweite mit 200 Liter und 12 Volt. Hier die Tiefkühlversion für Tiefkühltransporte, die bei minus, plus 50 Grad immer noch minus 20 macht. Und hier unten die ganz einfache Standardversion. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.